Alles, was Matthew Quigley tat, war auf eine Annonce zu antworten. Und dann warteten ein paar Überraschungen auf Quigley. In Australien. Er hatte nicht mit einem so freundlichen Empfang gerechnet. Haben alle in diesem Land so blöde Arschgesichter wie ihr? Auch nicht, dass er Unterstützung bekommen würde. Pass auf, Roy! Entschuldige, Roy! Niemand hatte die Transportprobleme erwähnt. Haben wir uns verirrt? Nein, ich weiß genau, wo wir sind. In einem Irrgang. Dann die ungewöhnlichen Eingeborenen. Die außergewöhnliche Küche. Ich esse nichts, was sich noch bewegt. Willst du sie vorher schießen? Und die zusätzlichen Pflichten. Du kannst mich haben, wenn du willst, Roy. Junge, wenn sie noch mal so ein Blödsinn redet, dann finkelst du ihr aufs Kleid. Aber das Schlimmste war, dass sich sein Arbeitgeber sehr launisch zeigte. Man könnte es so nennen. Aber Quigley erteilte ihm gerne eine Lektion. Niemand schmeißt mich aus meinem eigenen Haus! Mach dir keine Sorgen, Roy. Alles wird wieder gut werden. Tut mir leid, Roy. Ich bin nicht Roy. Ich heiße Matthew Quigley. Matthew Quigley legt es anscheinend darauf an, mich zu verärgern. Tom Selleck, Laura San Giacomo und Alan Rickman in dem aufregenden, fesselnden und mitreißenden Film uns aufregenden, wiederum! Untertitelung des ZDF, 2020